Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Wir haben heute einen riesen Snack-Test für euch. Wir haben verschiedene Süßigkeiten. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tüten. Und es sind, ich glaube, 5 EM-Süßigkeiten dabei. Also in Deutschlandfarben oder alles so zum Thema Fußball. Ich starte hier einfach mal. Ich habe hier die Fan-Edition von den 2 Soft. Ach genau, das sind schwarze Johannisbeere, also schwarz, rot ist Kirsche und gelb ist Zitrone. Schwarz, rot, gold. Dann zeige ich mal das hier. Das ist die Limited Edition Apfel und Kirsche von dem 2. Also ich kenne eigentlich den 2 immer in Zitrone oder Orange. Aber das sind einfach zwei neue Sorten. Und da ist auch ein Fußball mit drauf. Die Stream Team Edition. Genau, Apfel und Kirschbonbons mit Fruchtsapfen und Vitaminen. Dann haben wir hier noch, ich glaube, das sind Cowbonbons von Valencia. Sehr cool, die Packung. Ja, die ist total witzig. Das hier sind einmal die sauren Schoes. Und die haben wir auch nochmal hier in Duo-Schoes. Also zwei, wahrscheinlich sind das... Wahrscheinlich hier, so zwei Varianten zusammen. Genau, hier sieht man zum Beispiel eine Erdbeere, die untenrum eine Zitrone ist oder so. Sehr cool. Auf jeden Fall, die ist eine super coole Packung, finde ich. Ja. Dann haben wir noch näher Richtung Cowbonbons. Wir haben diese Fanjobs von Mauern. Ich glaube, das sind ganz normale Sorten. Nur von außen sind die ein bisschen dicker. Und die Flaggen. Ich glaube, da sind Flaggen drauf. Da können wir gleich ein bisschen Linderraten spielen. Und dann, da freue ich mich besonders drauf, Kracher. Aber saure Kracher. Und die sind von innen und von außen mit Brause. Boah, ich glaube, die sind mega sauer. Ja, mir läuft jetzt schon ein bisschen so. Die kriegt das auch schon. Die Flüssigkeit läuft einem so schon im Mund zusammen. Und dann haben wir noch etwas von Nimm 2, nämlich die Milchgeister. Und die sind auch neu. Die sind auch neu, genau. Da bin ich auch mal gespannt, was dann genau das Neue dran ist. Okay, wo wollen wir starten? Oh, schwierig. Wollen wir mit Nimm 2 Soft anfangen? Ich glaube, Sparzt-Johannis-Beere ist eine außergewöhnliche Sorte. Wollen wir die dann machen? Ja. Ich glaube, die anderen beiden. Birsch und Zitrone sind zugrunde normal, ne? Und so ist es auch. Ach, die sehen auch anders aus. Ja. Das ist ja süß. Das sind so kleine Fußbälle. Ja. Total süß immer. Oh, schmeckt ganz stark nach schwarze Hohannis-Beere, ne? Oh, auch ziemlich herb. Säuerlich auch, ne? Mhm. Aber ganz klassisch, wie die Nimm 2 Soft, man beißt so drauf und dann kommt dann diese Flüssigkeit raus. Mhm. Die waren nicht meine Lieblingssorte. Mhm. Sind ganz schön sauer. Ja. Und dieses klassische Herbe von der schwarzen Hohannis-Beere. Aber auf jeden Fall sehr, sehr niedlich gemacht. Ich zeig noch mal so eine ganze Handvoll. Schön als Dekoration in deinem Auge. Ja. Kann ich mir sehr, sehr gut so auf den Tisch vorstellen, mal Fußball gucken. Sehr cool. Okay. Das war Nummer 1. Ähm. Was mit Fußball? Was ohne Fußball? Ich kau immer noch. Achso, du kaufst noch? Nee. Du kannst ja ganz schön mal was ausruhen. Ich bin so gefräßig. Ich kann nur nicht so schnell. Mhm. Hm. 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 Wie vielleicht? Okay. Ah, hier unten macht man die auch. Hier steht auch Kourpomons mit Fruchtsaft und Vitamin. So sehen die aus. Ich nehm mal so eine Hand raus und zeig euch das so. Riecht nicht so besonders gut. Naja. Ein bisschen künstlich riecht das. Vielleicht ist das auch die Verpackung. Auf jeden Fall schöne roten Farben. Auf jeden Fall sind jetzt keine weiteren Fußball-Sachen so zu erkennen. Nichts so wie bei den zwei. Ich starte auch hier mal so mit Lina. Ich nehm orange. Das sind die zwei allein, richtig? Ja. Genau. Die Duo. Meins ist rosa und gelb. Also wenn man so von der Seite guckt, an den Seiten rosa und oben und unten gelb. Mhm. Ist irgendwie zähes Mauer. Also wie noch zäheres Mauer. Mhm. 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 Ja, wie so ein... Ich kenne auch, glaub ich, diese Farbe raus. Mhm. Okay. Ne, ich glaub ich kannte die nicht, aber... Mhm. Schmeckst du es? Es ist zwar unterschiedlich, wie ich schmecke sie. Ne, eigentlich nicht. Schmeckt hauptsächlich süß für mich. Bei mir auch. Mhm. Ja. Also, ja. Auch ganz lecker eigentlich. Also die Verpackung wäre das Highlight. Ich bin mal gespannt, wie gleich die anderen schmecken. Wollen wir die direkt testen? Ja. Dann haben wir den direkt im Vergleich noch. Ob da das saure halt noch rauskommt. Ah, das sind auf jeden Fall schon mal coolere Farben. Ja. Die leuchten auf jeden Fall mehr. Das sind so leuchtend grün mit pink und lila. Ja. Und grün. Ich nehm mir mal grün. Ich nehm wieder lila. Ich bleib heute bei lila. Und ich rieche das saure schon. Es kommt so richtig raus. Ich hab bestimmt dann saurer Apfel. Mhm. 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 Lecker. Mhm. 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 So ne ganz angenehme Säure. Mhm. Die sind cool. Ja. Ja. Also hier sind die Geschmacksrichtungen dabei. Apfel, Cassis, Grapefruit und Himbeere. Denk mal, ich hatte wieder Cassis, also schwarze Johannisbeere. Ich glaub, ich hatte Apfel. Ja. Mhm. Ja, grün, denke ich. Oh, das hab ich noch verschluckt. Sind sauer, aber... Ne schöne... Ein Stück von Essen aber. Aber ne gute Säure. Mhm. Okay. Wenn die schon mal beim Sauren sind... Wenn die schon mal beim Sauren sind... Was richtig Saures? Sollen wir mal... Da sieht man schon richtig... Die haben so ne... Ich hab so ne bisschen Hemmungen. Die haben so ne richtige Schicht außenrum. Oh. Oh. Geht. Ein bisschen brausig. Mhm. 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 Ja, wie so Ahoy-Brause oder so. Mhm. Mhm. So richtig schaumig. Mhm. Und nicht so hart. Sind die nicht eigentlich härter von außen? Mhm. So ein bisschen knackiger sind die sonst, glaub ich, ne? Die ist jetzt eher so ne feine Schicht drumrum. Als wirklich so ne harte Hülle. Mhm. Ich hätte sie mir saurer vorgestellt. Ich mir auch. Mhm. Es sind aber... Also ich mag eigentlich Kacha total gern. Ja. Mhm. Ich würd mich jetzt aber immer für die Klassischen entscheiden. Also sie sind mir so ein bisschen zu schaumig. Ja. Sie sind mehr so brausig als sauer. Aber schlecht sind sie nicht. Nee, die sind ganz cool. Okay. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch Milchgeister, Ten Blocks oder das Green Tea. Aber die muss man ja rutschen. Ja. Ich glaub, die lassen wir uns. Ich glaub, das wollen wir euch nicht antun jetzt. Bis wir damit fertig sind. Ich glaub, die lassen wir nicht zum Schluss. Ja. Ähm. Dann lass uns mal mit den Milchgeistern weiter rutschen. Die haben jetzt nichts mit Fußball zu tun. Uh. Ganz interessant. Auf jeden Fall schon wie so... Ich brauche auch... Wie heißen die? Jogi... Joghurt... Jogi Bussis? Ja. Sowas in der Art. Das hat wieder was mit Fußball zu tun. Nichts vergessen. Wegen Jogi. Achso. Also auf jeden Fall sind das hier so Geister. Ähm. Der Körper ist weiß und die Rückseite ist bunt. Bei mir orange. Ja. Bei mir grün. Hier gibt's das Ganze auch nochmal in rot. Und hier ist ein Loch drin. Ja, das schmeckt gut. Ja. Die sind ganz weich. Mhm. Und oben diese Schäden... Mhm. Ein bisschen wie... Das ist ein bisschen wie so ein Joghurtgum. Aber nicht so säuerlich. Sondern wirklich wie ein Milchwissen. Wie ein Milch. Ja. Mhm. Die sind ganz mild schmecken. Ja. Also nachdem wir jetzt was saures gegessen haben. Ja. Aber grundsätzlich sind die schön und lecker. Ja. Auf der Packung sind eigentlich die Augen auch noch ein bisschen bunt. Das ist jetzt hier... Ja stimmt. Die Augen sind einfach viel. Aber... Ja. Sieht niedlich aus. Schmecken lustig. Schmecken gut. Ja. Ganz gut. Penlox. Da ist auf jeden Fall die Packung schon mal richtig im Fußballstil gestaltet. Mhm. Sieht aus wie ein Spielfeld. Die schauen wir mal. Vielleicht können wir uns daraus ein Stadion bauen. Okay. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn Blocks sind da drin. Okay. Ich sehe schon zweimal Deutschland. Deutschland ist Zitrone. Okay. Dann... Im Weltmeister sind wir schon. Steht da drauf. Ich habe hier die Schweiz. Da steht drauf. Hauptschwitz. Mhm. 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 Ja. Und äh... Hier ist Österreich. Auf geht's Bonn. Das ist ähm... Erdbeer. Das ist... Italien in Orange. Das steht Stand up for the boys in green. Das ist Irland. Das ist Irland. Das ist Irland. Deswegen steht es auch auf Englisch drauf. Wo ist es in Italien dann? Ich glaube Italien ist hier in der Box jetzt nicht dabei. So. Ich habe mich dann vertan. Aber dieses grün und... Ja, ja. Das ist rot. Das ist orange. Ah, okay. Das sah halt so. Hier ist was Spanisches zum Vorlesen. Und ich baue die mal weiter auf. Ab von Eius? Ich baue mal so ein bisschen Sachen zusammen. Steht das dann jeweils in der Sprache drauf? Ja, das steht jeweils in der Sprache da drauf. Deswegen hatte ich mich... Ah, okay. Hier ist zum Beispiel was. Das kann ich gar nicht lesen. Das ist wahrscheinlich dann... Äh... Wo ist das? Auf jeden Fall ist das eine russische Schrift oder so. Ja, ich glaube das ist die Ukraine. Ähm... Ich habe hier nochmal... Ja genau, das ist Österreich. Tschechien vielleicht dann? Hier ist nochmal Österreich. Tschechien. Ja, das ist glaube ich Tschechien. Hier ist das nochmal. Also die Länder wiederholen sich so ein bisschen. Das haben wir sogar dreimal. Können wir dreimal übereinander bauen. Ähm... Das ist Cola und Erdbeer aber, ne? Ah. Also da gibt es verschiedene Geschmäcker dann auch. Heia Romania. Es gibt auf jeden Fall richtig viel zu entdecken. Also die finde ich richtig cool. Ich glaube die Geschmacksrichtungen werden ganz normal sein. Aber das ist schon eine coole Idee, die nochmal einzeln so ein bisschen zu gestalten. Und... Und auch mit diesen Sachen die da draufstehen. Ja. Total süß. Ich war ja schon voll drauf reingefallen und dachte, das wäre Italien. Aber jetzt muss ich genau hingucken. Ich hatte gesehen, dass das immer in den Ländern sprachen war. Und deswegen... Ja. Sehr cool. Also die brauchen wir jetzt denke ich auch nicht probieren. Nein. Also da sehe ich schon hier Cola, Erdbeer, Orange, Zitrone, Himbeer. Das sind also wirklich die ganz klassischen Sorten. Und Zitrone. Ich mach mal diese in zwei. Ja. Die sind auch noch. Oh, die sind auch gut. Auch aus wie Fußball ein bisschen. Also mit Fußball... Fußballfähnchen. Fußballfähnchen an der Seite. Fußballfähnchen an den Seiten. Und die sind grün und... Rot. Rot. Ich nehme mir mal ein rotes. Ich nehme mir ein grünes. Fassend zum Fußballrasen. Ja, schmeckt nach Kirsch. Schmecken ein bisschen wie Granini-Bonbons, finde ich. Schmecken ein bisschen... Ich hab hier Apfel. Das ist ein bisschen sauer. So ein bisschen grüner Apfel. Aber eigentlich total lecker. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, was ist so dein Highlight gewesen. Also die in zwei finde ich super, weil ich mag das ganz gerne so. Ja. Und die gab es ja immer an Zitrone und Orange. Ja. Und jetzt halt in so anderen Sorten. Das fand ich besonders spannend. Dann finde ich diese Säurerin von Valensina ganz gut. Die fand ich auch cool. Ich finde das Design bei diesen beiden sehr cool. Ja genau. Das sieht richtig cool aus. Und hier ist das Design natürlich auch. Natürlich auch. Das ist auch. Das sind so richtig coole Fußballideen. Also sehr, sehr cool. Was tust du dir vom Geschmack aus? Ich glaube vom Geschmack her... Mir gefällt das Apfelbommern sehr gut gerade. Apfel hab ich noch nicht probiert, aber Kirsch ist auch super gut. Also die sind richtig cool. Und ja, die sauren fand ich auch gut. Und hier, dieses war mir einfach zu stark. Schwarze Johannes wäre. Aber die Milchgeister waren auch nicht schlecht, ne? Mir die waren auch nicht schlecht, aber eigentlich alles gut. Alles gut. Alles cool. Hat uns alles gut gefallen. Und wir hoffen natürlich, ihr hattet auch Spaß bei diesem großen Test. So ein bisschen Fußball und so ein bisschen, ähm, noch ein bisschen was anderes saures und milchiges. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Da freuen wir uns natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt oder wenn ihr noch was sehr cooles gefunden habt, was ihr auch mal testen könnt, schreibt es uns einfach unten drunter in die Kommentare. Oh ja. Und sonst schaut natürlich auch bei unseren anderen Snack-Tests und bei unseren anderen Do-it-yourself-Videos vorbei. Und bis zum nächsten Mal bei Do-it-yourself-Inspiration. Tschüss. Tschüss.